Musik Herzlich Willkommen in der Film-Acting-School Cologne. Der einzigen deutschen Schauspielstuhl mit einem modernen Unterrichtssystem für das 21. Jahrhundert. Und bitte! Ich wünsche mir, dass Sie Ihren Körper kennenlernen und Bewegung kennenlernen, die Sie in Ihrem Alltag nie gemacht haben. Wow, das hätte ich nie gedacht, dass ich das können könnte. Sie können drehen, sie können springen, sie können auf den Boden fallen und können wieder hoch. Das ist so ein Reichtum an Bewegung, der einen auch wieder flexibel machen lässt im Kopf. Musik 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 Well, my credo is always, no matter where I go to teach, is no acting in front of the camera. You need to be in the moment and open up, but open up your eyes and all of your senses and you feel things with your nose and your hands and above all with your eyes you're listening. It's such a pleasure teaching film acting, because I can let them drop into the moment and then we begin the scene. Musik Anlässlich des 25-jährigen absurden Ostseeschweinswahlstags. Ich arbeite sehr gerne mit drei Komponenten. Das ist einmal hier die Artikulation. Das ist der Klang. Und hier das Zwerchfeld, die Luft. Luft wird transportiert über die Konsonanten. Luft und Konsonanten transportieren Klang. Musik Lass dir Zeit. Eine chinesische Stretch Jeans. Und das versuche ich im Laufe der Zeit den Schülern erfühlbar zu machen. Musik Und ich bin interessiert, was jeder individuell hat. Und du kannst nur finden das, wenn du wirklich benutzt hast, deine Instinkte. Musik 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 Am Unterricht ist mir wichtig, dass die Schülern in ester Linie Freiheit haben. Und sich erlauben, fröhlich zu scheitern und immer wieder aufzustehen. Die Atmosphäre hier in der Film Evansieneücke, die ist sehr gut, sehr exakt. Konsensschwindig ist Luigi sehr offen, sehr frei, also mit neuen Konzepten auch, sehr oft hier experimentieren und gucken, wie können wir die Schüler mit neuen Elementen noch besser vorbereiten, also für den Markt. Mir ist wichtig, dass die Schüler sich selbst entdecken, ihre Möglichkeiten entdecken, ihre Fähigkeiten entdecken und da auch einen großen Spaß entwickeln. Das auch als Schutzraum begreifen, dass man sich in einer Situation, in einer Szene, in einem Monolog, wenn man sich auf die Figur einlässt, auf den Charakter einlässt, dass man sich da fallen lassen kann, neue Welten entdecken kann. Wir freuen uns, dass auch du bald ein Teil der FAS-Familie sein wirst. FAS, 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 FAS!